Genau eine Woche ist jetzt vergangen und es ist wieder Preios Tag, was ja hier in Gashok dem Markttag entspricht. Das haben wahrscheinlich die Fanatiker durchgesetzt. Und wir haben wieder einen Waffenhändler. Außerdem hat Myröm in der Zwischenzeit wie viel verdient? Wir sind bei 41 Dukaten. Davon müssten wir doch gut einkaufen können. Gucken wir mal rein. Kaufen. Und ja, das sieht doch gleich sehr gut aus. Also wir können auf jeden Fall mehr Pfeile kaufen. Aber erstmal viel wichtiger ist, dass unser Gerogon Ontirik eine Lederrüstung bekommt. Also natürlich für eine Krötenhaut oder einen Schuppenpanzer wesentlich besser. Aber dafür haben wir erstens das Geld nicht und zweitens können wir nicht wirklich wählerisch sein. Ich denke mal, wir werden eh nicht mit dem Geld hinkommen. Denn selbst eine Lederrüstung und Lederzeug dazu, also zweimal Lederzeug, wären ja schon 16 Dukaten. Dann haben wir immer noch keine Pfeile, haben wir immer noch keine Schilde und immer noch keine Helme. Also ja, wir hätten gerne zweimal Lederhanisch. Wir hätten gerne zweimal Eisenhelm. Boah, 32 Dukaten. Okay, wir hätten gerne zweimal Lederhelm. Zweimal, na viermal Lederzeug. Äh, eigentlich würde ich noch ganz gerne Bellmart Blätter kaufen. Komm, zweimal Lederzeug. Und noch, sagen wir mal, 30 Pfeile. Pfeilschen. Komm schon, Tiri, komm schon. Sei charmant wie du je und je, wie der Händler, der du einmal warst. Fünf Prozent. Mann. Na gut, besser als nix. Wir haben noch neun Dukaten über. Äh, ne. Also hier war der Waffenhändler. Da hinten war die andere Kräuterhändlerin. Gucken wir da mal rein. Und hoffen wir, dass die Preise nicht zu happig sind. Ein Bellmart Blatt, zwölf Dukaten. Ne, das können wir knicken. Ein Anti-Krankheits-Elex hier. Das wäre für einen Notfall wahrscheinlich die Lösung schlechthin. Aber da haben wir keine Dukaten für. Also wahrscheinlich kommen wir eh unter den Preis. Aber ist die Frage, ob wir sie überhaupt auswählen dürfen. So viel Geld habt ihr gar nicht. Ne. Ne. Verkaufen. Können wir irgendwas für drei Silbertaler verkaufen? Für zwei. Die wollen uns doch veräppeln. Wir hätten dann neun Dukaten, neun Silberlinge, neun Heller. Ähm. Na gut. Dann müssen wir jetzt einfach hoffen, dass wir unterwegs welche finden. Oder unterwegs noch ein wenig mehr Geld zusammenkommt. Um mal wieder hierher zurück zu gehen, um noch mehr einzukaufen. Also ja. Ich brache jetzt ein wenig mit dem Roleplaying. Weil es einfach vom Spiel her nicht anders geht. Das heißt, wir werden jetzt öfters mal wieder hier hin und her laufen. Wir werden nicht sofort den Gesuchten stellen können. Ich meine, das ist jetzt schon zwei Wochen her. Naja, der wird über alle Berge sein. Außer er ist irgendwo verendet. Wir werden nur noch seine Leiche finden. Also wir haben gerade den falschen angezogen. Du ziehst bitte wieder das an. Du sollst nämlich gar nicht in den Nahkampf kommen. Das machen schön, Terek und Gerogon. Und auch der Helm war falsch. Du gibst bitte deinen Helm wieder Gerogon. So, wie viel Rüstungsklasse haben wir jetzt? Fünf. Nicht viel. Besser als nix. Und warum hat er vier? Hm. Lederzeug. Helm. Lederharnisch. Ach, er hat kein Lederzeug. Das haben wir natürlich auch nur umgegeben aus Reflex. So. Schon besser. Also gut ausgrößt ist was anderes. Aber wir haben wenigstens Wasserschläuche. Wir haben Decken. Wir haben einigermaßen Rüstung. Und hoffentlich auch bald ein paar Kräuter. Ein paar Ersatzstiefel haben wir auch noch. Und jede Menge Pfeile. Ja, damit müssten wir vorerst hinkommen. Gut. Dann machen wir uns endlich auf den Weg. Oh. Eine Frau im mittleren Alter steht regungslos in der Straßenecke. Vor ihrem Leib hält sie ein Pergament. Fast so, wie andere Leute ein Schild tragen. Lichtstrahl steht in großen, kitschigen Lettern auf dem Blatt. Ähm. Da sind wir mal neugierig. Hallo? Plötzlich kommt Leben in die Frau. Mit leuchtenden Augen preist die Pryos und den Orden des Lichts an. Legt euch die Vorteile des wahren Glaubens dar. Erläutert die Vorzüge des einzig wahren Gottes. Oh, oh, oh. Das ist eine sehr gefährliche Aussage. Und zerschmettert mit ihren Worten die elf übrigen. Auch Myrm steht völlig erschlagen da. Wollt ihr der Frau weiter zuhören oder Myrm weiterzerren? Ähm. Wir gehen weg. Das ist ein Fanatiker. Mit dem kann man nicht reden. So, wir wollen die Stadt verlassen. Ja. Wir wollen die Route planen. Und zwar nach Süden. Ja. Und dann nach Westen in den Sumpf. Wir wollen eine neue Strecke erkunden. Und jetzt drückt die Daumen, dass wir unterwegs Kräuter finden. Äh. Eingestellten müsste es eigentlich nochmal sein. Aber, äh. Es dauert ja nicht lange. Also, Myrm, du suchst Essen. Talan, du suchst bitte vier Stunden Kräuter. Keine Kräuter. Mist. Und Gerogon, Tyrik, Gerogon halten Wache. So. Schlafen. Jo. Und sofort überfallen. Nee. Ist jetzt hoffentlich Orks. Nee. Käfer. Goodie. Computerkampf. Kampf berechnen. Keine Magie. Ja. Die Käfer sind nicht wirklich eine Bedrohung. Sie dauern nur ewig lange zu bekämpfen. Deswegen bin ich echt froh, dass dieser Computer berechnen hier eingefügt wurde. Dieser Befehl. Macht das Ganze doch gleich wesentlich angenehmer. So. Jetzt kommt die Kreuzung. Und wir biegen nach links in den Sumpf ab. Suchen wir einen Lagerplatz. Und kaum schon. Kräuter. Essbares erlegen. Wasser gefunden. Keine Kräuter. Mensch, das ist doch doof. Vor allem, wir sind nachher drei Tage von Gaschok weg, falls irgendjemand krank werden sollte. Das ist nicht gut. Jetzt aber. Wasser und Essen. Vier Einbeeren. Das ist nicht wirklich viel. Aber es ist schon mal ein Anfang. Wir füllen unsere Wasserflaschen auf und müssten gleich in den Sumpf reinkommen. Wollt ihr noch ein Opfer darbringen? Ja. Wer? Hm. Eigentlich alle. Geburtsgott. Nur umspendet mal. Zehn Silbertaler. Und wir können einfach jeden zehn Silbertaler spenden lassen. Ups. Verklickt. Okay. Also Talana und Terek haben jetzt doch nichts gespendet. Wahrscheinlich Terek aus Gier und Talana. Weil sie ja eh ein recht angestrengtes Verhältnis zu den Göttern hat. So. Oh, oh, oh. Nicht ins Wasser fallen. Wir wollen nicht krank werden. Aber da ist schon mal der Turm. Den hatten wir ja schon mal gesehen. Sehen. Sumpf ratzen. Bewegung. Dahin. Den kriegen gleich Gier und Terek und Terek und Akzeleratus. Und dürften das dann hoffentlich alleine schaffen. Also mit ein wenig Pfeilunterstützung. Sichern. Denn wir sollten mit der Astralenergie echt haushalten. Du bleibst da. Nicht auf Mürren. So. Du zauberst bitte. Bewegung. Akzeleratus auf Gier und Gier. Danach musst du irgendwann um die Sumpfratze rum. Um zu Terek zu kommen. Das können wir dir aber erleichtern. Und zwar Terek kommt ja einfach entgegen. Dahin. Und haut schon mal auf den. Und haut den sogar tot. Sehr schön. Ja, das dürfte kein Problem werden hier. Solange die nicht irgendwelche Krankheiten übertragen oder Verstärkung kommt. Und du stehst dich neben sie. Zaubern, Bewegung, Akzeleratus auf Terek. Sehr schön. Du, auf den. Du musst deinem doch gleich umkippen. Also. Du nimmst jetzt etwas Abstand und schießt von hier hinten einfach mal da hinten die Masse rein. So. Sichern. Draufhauen. Ein wenig zur Seite gehen, damit Gier und Gier mitmithelfen kann. 25 Trefferpunkte. Das war doch mal ein ordentlicher Treffer. Und Gier und Gier macht den Rest. Sehr schön. Warum bleiben die da hinten stehen? Das finde ich irgendwie nicht komisch. Aber gut. Hauen wir sie halt da hinten. Sichern. Vier Trefferpunkte. Ja, also am Anfang waren die Pferdenkämpfe ja wichtig, die Nahkämpfe zu überlegen. Aber inzwischen wird das schon albern fast vom Schaden her. Drei Trefferpunkte. Wenn man das mit Terex 18, 25 und sonst was vergleicht, ist das schon echt komisch. So, du haust damit drauf. So. Und ich denke mal, wenn das nächste Mal nur Sumpfratzen kommen, dann können wir auch den Kampf berechnen lassen. Das war ja echt albern gerade. Eine Sackgasse? Ne, da geht's raus. Wollen wir denn raus? Wo geht's denn hier raus? Ihr habt es geschafft. Nein, wir wollen nicht nochmal beten. Routenplanung. Wir können jetzt hier nach Norden durch. Also wenn dieser Junge wirklich den Sumpf verlassen hat, wird er über alle Berge sein. Den werden wir nicht mal einholen können. Also sollten wir doch im Sumpf weiter gucken. Das heißt, wir gehen jetzt nach Norden, eine neue Strecke gründen und drehen sofort wieder um. Umdrehen. Und wieder wagemutig den Sumpf betreten. Also hier geht's schon mal nicht lang, außer wir schwimmen da rüber. Aber das hält sich in Grenzen, mein Verlangen durch das Wasser zu schwimmen im Sumpf. Und ich denke, bei meinen Helden wird's da nicht anders gehen. So, das müssen jetzt aber die Zombies sein. Jo. Direkt. Ah, Talana steht im Weg. Du gehst mal da hin. So, du gehst einfach mal einen Schritt weg. Sichern. Und du schießt einfach nur so auf. Da benutze ich jetzt keine Astralenergie für den Accelerators. Kostet zwar eh nicht besonders viel, aber trotzdem. So, der ist rot. Einmal zwischen den beiden durchschießen. Das ist bestimmt auch ein recht mulmiges Gefühl für die beiden. Aber das kriegt sie schon hin. Sichern. Alte Option. Und fertig. Schöne Sache. Ja, das läuft gleich wesentlich besser als vorher. Ja, das läuft hier.